also das ist der kunstleder das haben wir mit kunden logo bestickt unsere kunde benötigt diese kunstleder vor autosattlerei die werden autositze danach mit diesem logo ganz schön aufziehen bzw ganz schön vor ihrer autosattlerei eine edel eine richtig edel gestalten das ist so so wunderschön kann man mit stickerei eigentlich viel erreichen und zwar edelware das ist einzigartig jede kanil logo zu uns bringen wir werden so auf kunstleder besticken wir haben eigene autosattlerei dann können wir auch ihre sitze individuell gestalten so wunderschön